Hi Leute, bevor wir zu den News kommen, Memo und ich haben eine tolle Drohne erhalten. Wir haben sie bereits ausgepackt und getestet. Für all die Leute, die gerne Videos drehen mit dieser Drohne, habt ihr die Möglichkeit, sehr interessante Sachen aufzunehmen. In der Beschreibung gibt es den Link zum Kaufen und mit dem Code, den ich euch hier einblende, könnt ihr auch noch richtig Geld sparen. Also verpasst den Deal nicht. Nasen-OPs liegen voll im Trend. Auch wenn Shirin David bereits mehrere Schönheitsoperationen hatte, will sie noch eine weitere. Erst neulich hat sie sich die Zähne gemacht, nun ist die Nase dran, verkündet sie voller Stolz im Internet. Da schreibt sie, ich weiß, ihr werdet mich alle hassen, weil ich es jetzt echt mache, aber heute ist der Tag aller Tage. Inzwischen hat sie ihre Nasen-OP gehabt und ihr geht es gut. Bald gibt es neue Videos von Shirin mit der brandneuen Nase. Eure Meinung ist gefragt, findet ihr es gut, dass Shirin so viele OPs bereits hatte und findet ihr sie hübsch oder nicht so besonders? Schreibt eure Antwort und ich hoffe, ihr abonniert Check This Celeb. Bis zum nächsten Mal.